Wir fahren jetzt so einen Berg runter, ne? Wir haben es gerade schon mal gemacht, aber ich musste stoppen, weil mein Bord so viel gewackelt hat, weil ich fast ein Unfall wäre. Da bin ich mit meinem Fuß ein bisschen umgeknickt. Das zeigen wir jetzt auch nochmal. Ich gebe hier schon die ganze Zeit Anschwung. Ah, ich wackel voll. Ah! Ja, auf jeden Fall werden wir... Jan, Maxi am Start. Jetzt guckt euch das rein. Zieht euch das rein. Oh, Jan! Jan! Wieso hast du nicht gestorben? Ich konnte nicht mehr. Ich wollte den Trick machen, dass ich da drüberspringe eigentlich. Aber dann habe ich gesehen, dass ich einmal ein Longboard gekriegt habe. Wir fahren jetzt dahin, wo wir gerade das Longboard-Rennen gemacht haben, ne? Das erste? Ja, wenn ihr es euch sehen wollt, kommt es euch an oder geht auf unseren Kanal und kommt es euch da an oder in der Beschreibung vom Video. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Longboard-Tricks und vielleicht auch noch ein Rennen. Warte mal eben, du warst schneller mit deinem Cain und mit deinem Lohn. Boah, ich bin einfach aufgerollt. Ich will schneller. Ich fahr mal da her. So. Ah, ich fände in die Kasse. Boah, ich bin schneller. Und wiegen, da ist die Sackgasse. Nein. Ha. Das hol ich aber einfach auf. Vielen Dank. Ja, als ich mich gerade hingelegt habe, habe ich... Nein, es regnet. Boah, Maxi, nur weil du mich jetzt nicht gefilmt hast. Boah, Maxi, nur weil du dich nicht gefilmt hast. Boah, Maxi, nur weil du dich nicht gefilmt hast. So. Oh, nein! Two weekends! Two weekends! Boah! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich bin dran! Oh, Mann! Oh, Mann! Ja! Oh, den mach ich gleich auch, Junge! Ja! 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 Ich gehe schrien ab.